14 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 25 25 25 25 27 27 28 29 30 31 32 32 33 33 34 35 35 35 36 Ich muss jetzt nicht unbedingt sehen wie... Das sieht merkwürdig aus, aber übel ist 35 30 35 35 36 37 dann wirst du rumweilen rumweilen weil shepherd dich geschlagen hat heulen wirste aber nackig sonst zählt das nicht ich arbeite doch dran ich weiß auch nicht wie viel ich doch hab hier also das sind doch bestimmt schon fünf minuten darfst niemand erzählen das für eine geheime folge die folge des sportes oder ähnlich sinnloses gedöhns ja die jahre die eiferschecks nimmt gibt es ja auch oder sieben tagen die woche jetzt findest du rennen gibt es auch gibt es auch wie haben wir denn hier noch und wir müssen aber da jetzt schon vielleicht noch 20 oder 10 auf ihr darfst nicht mehr sein ich finde die sicht sieht verdammt bekloppt aus aber wirklich verdammt bekloppt das ist alles keine ahnung jetzt wissen wenn sie jetzt irgendwie was knappes an hätte dafür muss ich morgen büßen die sind weg nicht das erhookt immer noch hier Ich will aber vielleicht auch mal mein Schnuckelchen hier einladen, dann kannst du nicht hier rumkappen. Das geht nicht, obwohl wir haben drei Schlafzimmer, das ist schon in Ordnung. Okay, laden wir vielleicht mal, ähm, wen haben wir noch? Ach, holen wir mal Kuljot. Ja. Machen wir die, ähm, Gedenkfeier für Zane. Was ist das, ähm, Gedenkfeier? Was ist das, ähm, Gedenkfeier? And now he can rest. Would anyone else like to speak? What I remember about Zane was his confidence. He told me once about how he remembered everything. Even every mistake he made. If I did that, I'd be a nervous wreck. Zane kept it under control. It's strange, but the last word I'd label Zane with is assassin. We covered each other in firefights. That makes him a partner. Zane's last stand was important. But let us also remember why Zane left the Normandy. To keep his son away from a life of crime. Deeds such as these do not go unnoticed by the universe. They echo in all who hear them. That is why I am here. Zane took himself seriously. A trait with which I did not always agree. I tried to make him laugh on several occasions. But what I interpreted as a lack of humor was masking a great effort. Zane was turning his life around in a way few organics do. Zane, the day Zane came onto the Normandy, all Kelly and I knew about him was that he could probably kill us all with a ballpoint pen. But after you got to know him, there wasn't any reason to be afraid. He let you know where you stood. Colyat, do you, uh... When I was little, I thought my father had it all figured out. He said men must be loyal to their friends and dangerous to their enemies. But when he prevented me from... from hurting someone, he had changed. He said enemies and ego are not as important as loved ones. I didn't want to hear it. I was... lost. I called him a hypocrite in a thousand different ways. Said that he was going soft. Now... I think maybe he did have it all figured out. That's all I can say. If anyone would like to continue, we'll be here. Oh, Mensch. Neck ist es. Looks like people are starting to clear out. Commander. Thank you for holding this event. In time. It will be a good memory. Es fühlt sich nicht gut an. I don't know if I'll be as philosophical about it. It's still kind of wrong. I understand. If you will excuse me, I should take this opportunity to speak with the counselor. About what? He is feeling grateful. And I want to point out there are some salarian biologists who need funding. If anyone would be able to create a breakthrough in the treatment of Kepprell's syndrome, it would be... Tun Sie das. Ich werde helfen. If you need someone to hold the counselor's feet to a fire, I'm there. I appreciate the offer. But Counselor Valor has recently orated about funding science during wartime. My odds are good. Oh, before I go, I was organizing my father's possessions. And I came upon copies of video messages he tried to send you. I sent them to your extranet address. I hope they help more than they hurt. Until we meet again, Commander. Nie klar. Müssen wir gleich mal gucken. Sind alle noch da? Nee. Alle weg. Aber wir können mal gucken. Nachrichten abrufen. Aber wieso im ersten Stock? Start hier. Ja. Wo ist denn das? Oben. Oben. Okay, gehen wir hoch. Ah. Ah, hier. Warte. Und suchen erste Nachricht. Wie für mich, habe ich in eine Apartment auf der Citadel nicht weit von Kolyat. Ich denke, der erste Angriff, den ich hat, hat ihn erschreckt. Ich werde dir die Details geben. Es war sehr dramatisch, aber in der Vergleich zu dem Omega Relay, es war ein Kindes Spiel. In jedem Fall, gute Glück, die Allianz zu hören. Ich verstehe dich. Ich werde dich in Kontakt. Shepard, wenn du ein Messer zurückgebracht hast, ich nicht verstehe. Ich denke, die Kommunikation von jemandem meiner Reputation würden sich verpflichtet. Die Ironie ist, ich bin ein Gefängnis zu niemanden diese Zeit. Ich habe sogar noch Geld auf meine Investitionen bezahlt. Ich kann nicht erwarten Kolyat zu tun, wenn ich nicht. Er ist besser. Nein, warte. Ich habe die Falsch gedrückt. Ich habe die Falsch gedrückt. Ja, ich habe die Falsch gedrückt. Ich habe die Falsch gedrückt. Die Ironie ist, ich bin ein Gefängnis zu niemanden diese Zeit. Ich habe sogar noch Geld auf meine Investitionen. Ich kann nicht nachdenken Kolyat zu tun, wenn ich nicht. Er ist besser. Er ist nicht mehr Sinn, und er ist temperament. So, jetzt aber bitte die dritte Nachricht. So, jetzt ist es, dass Koljata und ich ein paar Tage zu besuchen, um die Erde zu besuchen. Er war die Schade in ihren Augen, Trill, die Geräusche zu spüren. Ich schaue die Gäste, sehe zwei kleine Böden lockeden von Klaas. Entschuldigung, als ich sagte, wir sahen ein schönes Sonnen in New Mexico, und ein Scorpion zu essen. Ich wünschte, dass Sie sich mit uns besuchen. Die Schade ist, ich habe... Ich habe mich verletzt und schraubt. Koljata hat mich zu bleiben, zu bleiben, auf der Citadel zu bleiben. Ich werde da von jetzt auf sein. Ich will noch nicht sterben in einem Krankenhaus, aber es ist wo die Doktor sind. Und Koljata. Ich liebe ihn. Das bedeutet, ich muss ihn vertrauen. Auf Wiedersehen, Shepard. Lass mich das jetzt sagen, falls ich später nicht kann. Ach, Mensch. Oh, Sane. Sane. Sane war so toll. Sane war ein toller Charakter. Kannst du nicht sagen. Der war bombastisch toll. Sehr gut. Sehr guter Charakter. Laden wir noch Leer ein. Leer ein. Leer ein. Die Sonne. Was ist hier los? Musik? Habe ich auch noch ein Piano? Ich habe ein Piano. Warum habe ich ein Piano? Hallo. Höhöhöh! Norm des Slid? Das ist ein hübsches Lied. Das ist ein hübsches Lied.